Die Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft 1950 war die vierte Ausspielung des bedeutendsten Turniers für Fußball-Nationalmannschaften und wurde vom 24. Juni bis zum 16. Juli 1950 in Brasilien ausgetragen. Es war die erste Fußball-WM nach dem Zweiten Weltkrieg. 13 Mannschaften nahmen teil, nachdem mehrere Verbände abgesagt hatten. Der DFB war noch nicht wieder in die FIFA aufgenommen. Österreich zog seine Bewerbung vor Beginn der Qualifikation zurück. Einziger Teilnehmer aus dem deutschsprachigen Raum war die Schweiz. Brasilien hatte im Gegensatz zu europäischen Ländern kaum unter dem Zweiten Weltkrieg gelitten. Der Fußballbetrieb war praktisch ungestört weitergelaufen und die Brasilianer konnten auf eine große Zahl talentierter Spieler zurückgreifen. Daher galt der Gastgeber zusammen mit England als Favorit. Weltmeister wurde aber zum zweiten Mal Uruguay. Das Brasilien im entscheidenden letzten Spiel der Finalgruppe bezwang. Planung, Bewerbung und Vergabe. Die vierte Weltmeisterschaft war gemäß dem Vierjahres-Turnos zunächst für 1942 geplant, wurde aber wegen des Zweiten Weltkriegs verschoben. Beim ersten Kongress der FIFA nach dem Krieg im Jahr 1946 war Brasilien der einzige Bewerber auf die Ausrichtung des Turniers. Das zunächst für 1949 geplant war und aus organisatorischen Gründen schließlich auf 1950 verlegt wurde. Spielorte Die Spiele wurden in Stadien sechs brasilianischer Städte ausgetragen. Die Brasilianer traten durchgehend mit einer Ausnahme im noch nicht ganz fertiggestellten Maracana-Stadion in Rio de Janeiro an, das eigens für diese Weltmeisterschaft errichtet wurde und damals fast 200.000 Zuschauer fasste. Sternchen stand zum Zeitpunkt der Weltmeisterschaft 1950 Qualifikation. 34 Länder meldeten sich zur vierten Fußball-Weltmeisterschaft an, die zum zweiten Mal nach 1930 in Südamerika stattfinden sollte. Gastgeber Brasilien und Titelverteidiger Italien waren direkt qualifiziert. Die verbleibenden 14 Endrundenplätze wurden über Ausscheidungsspiele vergeben. Deutschland und Japan waren zu dem Zeitpunkt nicht Mitglied der FIFA und durften daher keine Mannschaften entsenden. Die kontinentalen Qualifikationsturniere gerieten zu einer Fast, denn mehrere nationale Verbände nahmen ihr Startrecht nicht wahr. Dadurch war zum Beispiel Indien für die Endrunde qualifiziert, ohne ein einziges Spiel absolviert zu haben. Indien sagte dennoch seine Teilnahme ab, weil Uneinigkeit über die Auswahl der Spieler herrschte und weil nicht genug Zeit für Training zur Verfügung stand. Auch Schottland und die Türkei fuhren, obwohl qualifiziert, nicht nach Brasilien. Die freien Plätze wurden Frankreich und Portugal angeboten, aber beide verzichteten. Frankreich begründete seine Absage damit, dass es Gruppenspiele an Orten hätte austragen müssen, die 3000 Kilometer voneinander entfernt waren. Letztlich nahmen nur 13 Länder an der Endrunde teil, darunter erstmals England. Die Engländer hatten die WM-Turniere bis dahin ignoriert und sahen sich nach ihrem Sieg gegen Weltmeister Italien in der Schlacht von Highbury. 1934 als einzig legitimen Weltmeister Teilnehmer folgende Mannschaften waren für die WM-Endrunde 1950 qualifiziert, Sternchen auf Start verzichtet Modus. Ursprünglich war, wie bei der WM 1938 ein K.O. System geplant. Dagegen protestierte allerdings der Brasilianischen Verband, der möglichst viele Spiele wollte, weil damals die meisten Einnahmen direkt durch den Verkauf von Eintrittskarten erzielt wurden. So wurde die Endrunde in zwei Gruppenphasen ausgetragen. In der ersten Gruppenphase sollte es vier Vierergruppen geben, deren Erstplatzierte spielten in der zweiten Gruppenphase jeder gegen jeden um den Weltmeistertitel. Dieser Modus war einmalig in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft. Trotz der Absage von drei Mannschaften wurde der Modus beibehalten. Zwar gab es nur noch zwei Vierergruppen, eine Dreiergruppe und eine Zweierpaarung, aber dennoch waren es immerhin 16 Spiele in der ersten Gruppenphase, darunter drei mit Beteiligung des Gastgebers. Von brasilianischer Seite wurde später bemängelt, dass das entscheidende Spiel gegen Uruguay ihr sechstes war. Für den späteren Weltmeister dagegen erst das vierte. Informationen zu den einzelnen Gruppen und Kadern der Mannschaften bei Klick auf den jeweiligen Link. Vorrunde Brasilien hatte wenig Mühe, seine Gruppe zu gewinnen. Eine Sensation war dagegen die Niederlage Englands gegen die USA in Gruppe 2. Obwohl die Briten mit all ihren starken Spielern antraten, verloren sie 0 zu 1 gegen die Amateurfußballer aus Nordamerika. Das Sieg dafür die USA schoss der aus Haiti stammende Student Josef Gettjens. Mit Favorit England verlor danach auch das Spiel gegen Spanien und schied schon in der Vorrunde aus. Spanien kam als Gruppenerster weiter. In der Dreiergruppe konnte sich Schweden gegen den Titelverteidiger Italien durchsetzen, der nach dem Verlust vieler Nationalspieler ein Jahr zuvor beim Flugzeugabsturz von Superga massiv geschwächt war. Uruguay brauchte nur ein Spiel zu bestreiten und bezwang Bolivien mit 8 zu 0. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Indien zog sich vor Wettbewerbsbeginn zurück. Gruppe 4 Schottland und die Türkei zogen vor Wettbewerbsbeginn zurück. Auch die Ersatzkandidaten Frankreich und Portugal verzichteten. Finalrunde Die Gruppensieger Brasilien, Spanien, Schweden und Uruguay spielten in der Finalrunde jeder gegen jeden um den Titel. Brasilien gewann die ersten beiden Spiele hoch und sah bereits wie der neue Weltmeister aus, weil im letzten Spiel gegen das anfangs nicht überzeugende Uruguay ein Unentschieden reichen würde. Das de facto Endspiel fand vor 200.000 fanatischen Carriacars im Maracana-Stadion in Rio de Janeiro statt. Es ging unter dem Namen Maracanaco in die Geschichte ein. Brasilien ging zunächst mit 1 zu 0 in Führung. Mitte der zweiten Hälfte glich Uruguay aus. Zehn Minuten vor Schluss gelang Uruguay der entscheidende Treffer zum Sieg und zur Weltmeisterschaft. Die Pokalübergabe an die siegreiche Mannschaft aus Uruguay und ihren Kapitän Obdolio Varela nahm Julius Rimet in den Katakomben des Stadions vor, weil der französische FIFA-Präsident Ausschreitungen von Seiten enttäuschter brasilianischer Zuschauer befürchtete. Das Spiel galt bis zur 1 zu 7 Niederlage im Halbfinalspiel gegen Deutschland bei der zweiten Heim-WM-Brasiliens 2014 als Tiefpunkt des brasilianischen Fußballs. Die bis zu diesem Tag weiße Spielkleidung der brasilianischen Nationalmannschaft wurde nicht mehr getragen. Die Hauptschuld wurde den Verteidigern Bigode und Juvenal Amarillo sowie Torhüter Barbosa gegeben. Barbosa wurde nie verziehen, dass er beim 1 zu 2 von als 1-Gilgier etwas unglücklich ausgesehen hatte. Noch als Barbosa 1993 ein Training der brasilianischen Nationalmannschaft besuchen wollte, wurde ihm der Zutritt mit der Begründung verwehrt. Er könne Pech bringen. Weltmeistermannschaft Uruguay-Uruguayische Fußball-Nationalmannschaft Die Aufstellung im entscheidenden Spiel der Finalrunde Rogmas Puli, Maces Gonzalez, E.U.C. Biotic, Jira, Schubert Gambetta, Obdulio Varela, Victor Rodrigues, Andrade, Als-Als-Gilgier, Julio Pérez, Oscar Mies, Juan Chiafino, Ruben Moran, Trainer, Juan López Fontana, Tor-Schützenliste. Eingesetzte Schiedsrichter In Brasilien wurden 14 Schieds- und 11 zusätzliche Linienrichter aus 18 verschiedenen Verbänden für die 22 Spiele eingesetzt. Dabei überwogen mit elf Referees, darunter allein fünf von der britischen Insel, die Europäer deutlich. Hinzu kamen noch drei brasilianische und parteiische. Bei den Linienrichtern kamen fünf aus Europa, fünf aus Südamerika und einer aus Nordamerika. Mit Eglind als Schiedsrichter und den Linienrichtern Beranek und De La Salle waren noch drei Akteute von der 1938er WM in Frankreich dabei. Bei Finalschiedsrichter gab es in dem Sinne keinen, das entscheidende Spitzenspiel pfiff der Engländer George Rieder.